Das ist ja, ich bin entsetzt. So, kurz und so kommt heute Abend freundlich eine Stützung von Jimdo. Wenn ihr eine Website bauen möchtet, dann nehmt ihr mal den Homepage-Baukasten von Jimdo. Da könnt ihr euch eine Seite zusammenbauen. Ihr sucht euch ein Design aus, ihr sucht euch aus, was da drauf soll. Sollen da Block-Bausteine oder ich sage immer Block. Wenn ich mir anhöre, wie so Block, es ist aber ein Block-Block, den du da einfach... Ja, genau, also der Blog mit dem G hinten dran. Ja, es ist tatsächlich aber ein Block-Baustein. Also es ist tatsächlich einfach ein Baustein, den ich mir da reinschmeiße. Einfach sagen, ich möchte jetzt hier eine Unterseite haben, die ist mein Block. Also ich kann mir, das ist sehr, sehr schön, weil ich kann mir das mischen. Also ich kann jetzt sagen, ich möchte jetzt irgendwie Fließtextseiten haben, eine Galerie-Seite und dann klebe ich mir da einfach noch einen Block rein. Und es ist halt nicht irgendwie, zum Beispiel andersrum, ja, du kannst einen Block machen, aber du kannst dann auch irgendwie da noch dir Seiten ranhämmern, sondern es ist halt einfach eine Art Content, es ist halt einfach ein Block. Und das ist schon sehr, sehr angenehm, weil ich kann den halt mir an die Stelle stellen, wo ich haben muss, dass es muss kein zentrales Element sein. Ich kann also, habe also die Wahl, entweder zu sagen, ich mache mir eine klassische Webseite oder ich sage, ich mache mir eine klassische Webseite und klebe mir noch einen Block dazu oder sage, ich ziehe mir den Block ganz nach vorne und das ist mein Haupteinstieg in die Webseite. Also man hat halt da sehr, sehr viel Freiheiten. Ihr könnt in diesen ganzen Templates, die sehen auf allen Geräten gut aus, ja, da haben sich Designer Gedanken gemacht, damit ihr das nicht selbst machen müsst. Ja, ihr könnt schon an dem Gerüst irgendwie schrauben, ihr könnt auch zwischen den Templates hin und her wechseln, das geht alles. Ihr könnt auch weitere Funktionen nutzen. Also ihr könnt sowieso immer die Gratisversion benutzen, dann ist die Domain irgendwie dein Name.jimdo.com oder ihr nehmt den Pro-Account, der kostet dann mit unserem Gutschein noch 4 Euro im Monat. Dann gibt es die Domain dazu, da gibt es E-Mail-Service dazu und es gibt auch den Shop dazu. Das heißt, und der ist auch rechtssicher in Deutschland, dank Made in Germany. Und mit dem Shop könnt ihr halt, was auch immer ihr gerne möchtet, verkaufen. Ja, also irgendwelche Artikel, wenn ihr irgendwie einen Strickwarenladen habt und nicht auf einen Third-Party-Dienst gehen möchtet. In München hat ihr gerade so einen Kuchen-von-Oma-Laden aufgemacht. Die können da ihre Kuchen verkaufen, wieso auch nicht. Und da könnt ihr das dann benutzen. Die nehmen sich keinen Anteil von dem Umsatz, von dem Shop, sondern könnt ihr einfach verwenden für eure 4 Euro im Monat. Ihr benutzt einfach den Gutschein-Code Bits und so, dann gibt es diese Pro-Version für 4 Euro im Monat. Ich mache einen Link in die Shownotes, wir haben einen Banner auf der Seite und dann könnt ihr einfach klicken. Herzlichen Dank für die Unterstützung an Jimdo. Vielen Dank.